Herzlich willkommen zur PlayStyle Academy. Mein Name ist Martin Jescher und ich führe Sie durch das heutige Video. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie im macOS WebEx Client einen Anruf eines anderen Kollegen zu sich heranziehen können, also picken können, und wie Sie auch den Status der Kollegen beobachten können. Dazu wechseln wir einmal in den WebEx Voice Client und Sie sehen jetzt hier bislang noch keine Pickup-Notifications und auch noch keine internen Kontakte. Zuallererst fügen wir einmal in Ihre Kontakte, Sie können hier auf Kontakte klicken, einen internen Kontakt hinzu. Wir klicken also auf Plus, Kontakt hinzufügen, und ich wähle jetzt mal den Kollegen Martin Jescher. Ich sehe schon, er ist grün, er ist online oder aktiv und füge ihn in meine Kontakte hinzu. Das kann ich jetzt mit beliebig vielen Kollegen machen, die kann ich auch sortieren. Das sehen Sie in der Kontakte-Verwaltung, da haben wir ein eigenes Video für. Und hier sehe ich jetzt auch direkt, ob derjenige frei ist oder auf Nichtstören oder im Telefonat. Ich kann das direkt mal simulieren, indem der Martin Jescher jetzt telefoniert. Sie sehen, jetzt ist er in einem Anruf oder ich kann ihn mal auf Nichtstören schalten, dann ist er jetzt auf Nichtstören. Das geht also in Echtzeit entsprechend und ist sehr sichtbar und deutlich für Sie. Wenn Sie jetzt aber wissen möchten, ob der Kollege Martin Jescher in diesem Fall einen Anruf bekommt und diesen Anruf vielleicht sogar zu sich heranziehen möchten, dann müssen Sie eine Vorkehrung treffen. Unter Anrufeinstellungen, Anrufeinstellung öffnen, finden Sie den Punkt Benachrichtigungen, Anrufe. Und hier können wir die Benachrichtigung stumm schalten bzw. diesen Haken entfernen. Wir müssen also den Haken wegnehmen, damit wir die Anrufbenachrichtigung für andere Kollegen sehen. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt. Wir müssen noch definieren, für welche Kollegen wir dann eigentlich diese Benachrichtigung sehen wollen. Dazu wechseln wir in den Control Hub. Das macht der Administrator. Wählen den Nutzer, also ihren eigenen Nutzer aus. Hier Martin Voice, mit dem bin ich eingeloggt in meinem Client. Klicke auf Calling. Und dann auf den Punkt Überwachung. Und hier sehen wir jetzt schon, sind drei Nutzer meine Kollegen hinterlegt. Von diesen drei Nutzern sehe ich jetzt meine Pickup-Notification, also Anrufe, die bei denen eingehen, ploppen bei mir ebenfalls auf. Diese Nutzer landen auch gleichzeitig auf meinem Cisco-Tisch-Telefon, sodass ich dort ebenfalls die Anrufe zu mir heranziehen kann und auch den Status der Kollegen sehen kann. Sie können neue Nutzer hinzufügen, indem Sie hier auf die überwachte Leitung klicken und dann zum Beispiel noch die Sandra Plätt hinzufügen. Jetzt habe ich vier Nutzer. Sandra Plätt, ich speichere das. Das heißt, wenn einer von den vier Nutzern mich jetzt anruft, dann würde das entsprechend im Client dargestellt. Und das simulieren wir jetzt einfach mal. Ich rufe mal den Martin Jescher an. Und jetzt sehen wir gleich, klar, neben mir klingelt das Telefon von Martin Jescher, aber ich sehe jetzt auch ein bisschen verzögert hier oben eine Pop-Up-Notification, Anruf für Martin Jescher. Ich sehe sogar, von wo sie kommt und ich kann diesen Call direkt zu mir hinziehen, kann ihn annehmen, kann ihn für den Kollegen führen und kann dann auch hier zum Beispiel übergeben und halten und das Gespräch entsprechend auch wieder beenden. Genau. Und das war eigentlich schon alles. Es ist sehr einfach einzustellen, übersichtlich zu bedienen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen weitergeholfen und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem Werbex-Produkt. Also, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem Werbex-Produkt.